Ich hab's. Tyler? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Okay, geh du. Wir treffen uns dann später auf der Wache und gehen alles durch. Bis morgen, Tyler. Bis morgen.